Der Ruhrsee in der Eifel. Bernd Röhrlich und Uwe Cisowski vom Ordnungsamt Simmerath müssen mehrere Falschparker abschleppen lassen. Wir müssen jetzt die Kollegen hier vom Abschleppdienst unterstützen, dass wir dieses Chaos nicht zu groß kriegen. Es wollen einige runter, es wollen einige raus. Hoffen, dass wir das jetzt in den Griff kriegen, schnell. Den Kollegen vom Bauhof habe ich erreicht, der bringt uns jetzt Beschilderung und der sperrt oben die Straße ab. Das ist im Moment wahrscheinlich eins das Richtige, wir kriegen sonst kein Herr hier rein. Wenn gleich wollen noch mehr raus, dann kommen noch welche, da stehen sie wieder alle fünf Mann hintereinander und keiner weiß mehr. Eine Frau, die eben, die war so unsicher, die zurückfahren, die hat es fast nicht geschafft. Das ist auch dann echt eine Herausforderung. Mein Gott. Womit fängt der denn jetzt an? Achso, hier fängt es an. Ja, da können Sie sich leider bei den Falschparkern bedanken. Ja, ja, komm, wir müssen weg hier. Komm, komm aus dem Bereich. Wenn er jetzt abgeschleppt hat, dann setzt er wahrscheinlich zurück. Und dann gehe ich mal davon aus, dass Sie auch dann endlich raus können mit den Kindern. Das ist nicht angenehm für Sie, das wissen wir. Aber wir, wir versuchen. Ja, das ist, ja, aber das muss doch jedem einleuchten. Wenn hier, geht nicht, es geht einfach nicht. Man muss mal sagen, wir wollen keinem Spaß verderben, aber das ist kein Spaß mehr hier. Nee, hier kommt, eben, Sie sagen, Rettungsdienst. Ja, ein Riesenstichwort. Da braucht nur einer am Ertrinken zu sein. Und dann steht der Rettungswagen oben und sagt Dankeschön. Sie sind auch einer der Glücklichen. Ja. Welches Fahrzeug ist das? Der Mitsubishi. Ja, tschüsschen. Der Mitsubishi, ja. Dann haben Sie insofern Glück, dass Sie nicht abgeschleppt werden. Ach, super. Aber an dem Verwarnungsgeld kommen Sie nicht rum, weil Sie wissen schon, dass da ein absolutes Haltesverbot ist. Auch wenn es kein Platz ist. Aber Sie sehen doch, was für ein Chaos herrscht jetzt. Ich weiß, meine Schwiegertochter hatte Geburtstag. Ja, das gönne ich der ja auch. Ja, ich auch. Aber Sie nehmen noch mit Humor, Sie haben ja jetzt noch Glück im Unglück, Sie werden nicht abgeschleppt, aber das wäre empfindlich steuer geworden. Und Sie hätten hier gestanden. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Ja, im Moment gar nicht, weil nach vorne geht nichts. Sie bleiben am besten jetzt im Moment da mal stehen, wo Sie stehen, bis hier ein bisschen Luft ist. Hier sind noch andere Gäste, die raus wollen, ungeduldig. Aber wir können nichts machen im Moment. Wir müssen jetzt die Herren hier unterstützen, dass Sie das sicher hier über die Bühne kriegen. Jetzt komme ich ja noch in den Fernsehen, ja. Hau lang. Warum geht das? Er will rauskommen. Kann ich, wer wachst denn eine Hau? Ja, Entschuldigung, was sollen wir denn machen? Wo sollen wir sie hier drüberheben? Ich weiß nicht, was sollen wir machen? Ich weiß nicht. Ja, dann müssen sie warten. Das haben sie denen zu verdanken, die hier ein absoluten Haltverbod geparkt haben. Die können Sie doch nicht sagen, wenn die Menschen jetzt zwei Jahre wachten. Ich finde sie nicht wachten. Ja, haben sie einen Wobel mit dabei? Ja, da kannst du nicht wachten. Alle Menschen hier wachten, die müssen hier raus, zwei Jahre, drei Jahre wachten. Ja. Das ist ein Problem. Ein richtig gutes Problem. Die weg, die weg, da nach oben riehen, für die Bord mit der Auto nicht nach oben. Kann ich da weg? Kann ich da nach oben? Nein. Kann ich machen nicht? Nein. Das ist verboten, was du tust. Was wir machen, ja gut. Wenn Sie das so sehen. Ich denke, das ist verboten. Nee, ist alles richtig. Wir machen hier nichts verbotenes. Ja, aber ich begreife, die Menschen müssen wegschlafen, man mag ein paar Autos in eine Uhr daraus. Für die betalen da, für die parkeren, müssen sie daraus bereiten. Ja, dann bedanken Sie sich doch bei denen, die nicht bezahlt haben. Das können wir auch nicht hören. Ja, da musst du die Menschen wachten. Ja, aber aufrehen bringt Ihnen jetzt auch nichts. Beruhigen Sie sich doch lieber, genießen Sie das schöne Wetter, setzen Sie sich an das Auto. Nein, 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 ich habe Zeit. Sie haben Zeit? Nein, ich habe keine Zeit. Ja, das können wir jetzt leider nicht ändern. Und aufrehen bringt jetzt gar nichts mehr. Das bringt nichts. So, und es wäre auch besser, wenn Sie jetzt an Ihrem Fahrzeug wachsen. Ja, das wäre besser. Weil wir müssen uns doch jetzt hier um die Fahrzeuge kümmern. Ja, man sieht, trotz Urlaubsstimmung sind die Leute alle unentspannt. Also es ist irgendwie so eine gereizte Stimmung. Ob das daran liegt, keine Ahnung, am Wetter oder dass Sie jetzt nicht so vorankommen, ich weiß es nicht. Wir kriegen alle unser Fett weg, auf Deutsch gesagt hier. Ja, also ich habe mit viel gerechnet heute, aber das ist schon der Eisberg heute, oder? Draußen geht das ja. Ja, also das möchte ich sehen, wenn Sie das mit dem Auto machen. Nicht das mit dem Auto. Ja, ja, mit dem. Ah ja, jetzt seht ihr aber hier schon, also wenn er weg ist, geht es voran. Ja, er fährt jetzt raus. Dann ist er wohl. Er lädt den jetzt auf. Ja, aber da können die ja gerade durch. Ja, ja. Was machst du da, achso, warte, fährst du jetzt? Nee, der bleibt doch stehen. Achso, alles klar, gut, da müssen sie, okay, da müssen sie sich gedulden, ist alles gut. Ja, sonst, die fahren dich ja, die fahren dich ja Arsch über Kopf, das geht nicht. Die fahren dich ja um. Ja, aber wenn die hier ankommen, dann stehst du erst mal hier und überlegst, wo ist mein Auto. Ja, wir müssen jetzt also noch die Polizei informieren darüber, dass diese Fahrzeuge mit dem Kennzeichen und da hinten dran hängt, abgeschleppt werden. Denn wenn die Halter oder die Fahrer kommen, die werden jetzt einmal ein Auto ist womöglich geklaut worden und werden sich bei der Polizei melden und dann kriegen die entsprechend die Info, die sind beim Abschleppdienst, könnt ihr da auslösen gehen. Röhrlich, Gemeinde Simmerath. Wir lassen zur Zeit Fahrzeuge abschleppen. Und den reißt denn Rechnung? Einer hängt am Haken, der hat Kennzeichen. B***. B***. Trennung. B***. B***. Ja, der kann im Moment nur zwei mitnehmen nicht. Und wenn er noch welche, dann rufe ich wieder an. Ja, ja, okay. Jo, danke. Tschö. Ja, das Problem ist, das löst sich ja nur noch langsam auf. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr wieder, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr wieder unten seid, dass die dann verschwunden sind und den Fahrer wieder umsonst hat. Das ist auch Kaffee. Lassen wir uns jetzt erstmal. Die fahren erstmal hoch, das dauert ja eine Zeit. Und man muss davon ausgehen, wie in der Uhrzeit, dass eventuell diese Gäste dann auch verschwunden sind. Dann hätten die eine Fahrt umsonst. Zur Not muss man dann immer noch gucken, kurzfristig entscheiden, ne? Ja. Bernd und Uwe schreiben die restlichen Falschparker auf, die jetzt nicht abgeschleppt werden können. So, jetzt bin ich froh, dass wir das Gaus hier beseitigt haben. Ja, das war wirklich grenzwertig, was hier abgegangen ist, im absoluten Halteverbot. Es ging nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Kein Rettungsweg, mehr frei. Gott sei Dank hat man das nicht jeden Tag hier. Also der Gau wäre hier noch gewesen, was es nicht selten ist, dass ein Rettungswagen kommen muss, weil ein übermüdter Schwimmer, auf was da mehr trinken ist, der wäre hier nicht durchgekommen. Also wir können froh sein, dass dieses Szenario jetzt weggeblieben ist. Und ich glaube, wir können zufrieden sein heute. Ja. Gut, dann gehen wir uns weiter, ne? Okay. Gut, ferni.